London. Vor acht Jahren. Der Transporter stand am Straßenrand geparkt. Ein weißer Renault, eigens so präpariert, dass er wie ein Servicefahrzeug von Virgin Media aussah. Der Standort an der Kreuzung Upper Ground und Rennie Street war mit großer Sorgfalt ausgewählt worden, weil er perfekte Sicht auf die Oxo Tower Brasserie in Southbank bot. Auch die Innenausstattung war eine Spezialanfertigung. Entlang der rechten Fahrzeugseite war eine Steuerkonsole mit Monitoren eingebaut worden, auf denen die Bilder der auf dem Dach montierten Low-Light-Kamera zu sehen waren. Ein 360-Grad-Periskop konnte nach Bedarf ausgefahren und versenkt werden. Außerdem gab es diverse Aufnahmegeräte, eine Dualband-Radioantenne und einen Mikrowellenempfänger. Der einzige Nachteil bestand darin, dass ziemlich wenig Platz für die beiden Männer blieb. Doch der Techniker hatte sich innerhalb kürzester Zeit an die beengten Verhältnisse gewöhnt. Er drehte an einem der Knöpfe und schaltete auf eine andere Kameraeinstellung um. Zwei Wochen zuvor hatten sie eine Huckepack-Software auf das Überwachungssystem der Botschaft installiert, die ihm nun ungehinderten Zugriff sowohl auf alle Einzelaufnahmen als auch auf diverse extern angebrachte Kameras bot, die sie ebenfalls geknackt hatten. Der Monitor flackerte kurz, dann erschien die Aufzeichnung der Gebäudeüberwachungskamera mit dem Mercedes S280, den der Chauffeur dort geparkt hatte. Ansonsten war nichts zu erkennen. Der zweite Mann saß neben dem Techniker und verfolgte aufmerksam das Geschehen. Er war angespannt und er wusste, dass man es ihm anmerkte. Kamera wechseln, befahl er knapp. Wieder nach drinnen. Zielpersonen Group, sagte der zweite Mann in sein Headset-Mikro. Control hier. Signalcheck. Verstanden, Control. Hier ist One. Stärke Zehn. Eight. Ebenfalls Zehn. Twelve. Bestätige. Ten. Stärke Zehn. Eleven. Hier auch. Stärke Zehn. Five. Ebenfalls. Eleven. Was sehen Sie? Der Agent mit dem Codenamen Eleven stand an der Bar und vertrieb sich die vermeintliche Wartezeit auf seinen Tisch mit einem Drink. Sein richtiger Name war Duffy und er hatte bis vor kurzem beim Special Boat Service gedient, der maritimen Spezialeinheit der britischen Streitkräfte. Control sah ihn auf dem Monitor und beobachtete, wie er dem Paar den Rücken zukehrte und den Mund mit einer Hand bedeckte. Sie sind gleich fertig, sagte er knapp in das unauffällig unter dem Verschluss seiner Armbanduhr angebrachte Mikrofon. Der Kellner hat gefragt, ob Sie noch Kaffee möchten, aber Sie haben abgelehnt. Wird nicht mehr lange dauern.